Let's Play Secret of Evermore Man verläuft sich. Man verläuft sich nämlich nicht nur ein bisschen, sondern man kann sich hier richtig verlaufen. Wenn man nicht darauf achtet, welche Hinweise es gibt, ein sehr guter Hinweis ist zum Beispiel dieser Freund hier oben, denn in jedem Waldstück, wo der Freund rumsitzt, ist man quasi richtig. Und gibt es auch Wege, also gibt es auch abseits der Wege noch, Wege, abseits der richtigen Wege, Wege, so, jetzt hab ich's. Und Hinweise, wie nicht weitergehen, an denen man besser nicht weitergehen sollte. Und wenn man genau diese weitergeht, kommt man letztendlich irgendwo raus, wo man gar nicht mehr hin möchte. Ich teste das gerade mal aus. Denn nicht jede Sackgasse ist auch schlecht. Es gibt hier, glaube ich, zwei oder sogar drei Geheimnisse. Ich laufe hier erstmal so lang wie in jedem Labyrinth, nämlich immer links herum. Bis ich wieder da rauskomme, wo ich eigentlich hinwollte. Toll. Ist die auch mal kaputt? Wie viel hat die denn? Mein Gott. Immer links herum. Ach, was ist das denn? Was wies denn machen, ne? Das Kobold-Ding, das hab ich schon gar nicht mehr gesehen jetzt. Ich vermute mal, dass wir sowas von falsch sind. Und, ah. Ich muss schon sagen, das muss sich doch irgendwo was geben. Mehr hast du nicht. Na gut. Also kein Weg ist eigentlich umsonst, wenn man den Zutaten, wenn man danach sucht. Bäh. War das eigentlich der... Bronze-Sperr. Echt? Haben wir noch keine Waffe gefunden? Haben wir noch keine Waffe gefunden? Hätte ich nicht schon längst eine finden müssen? Ich weiß nur nicht wo und wie. Aber ich glaube, wir hätten schon eine finden müssen. Okay. Okay. So, Hundi, hast du was? Nö. Also ich laufe hier mit Absicht alle Wege ab. Der Wald ist ein bisschen groß, deswegen... Äh... Nicht aufregen, nicht nervös werden. Das dauert hier schon ein bisschen. Das ist aber auch so gewollt. Denn ich möchte ja die zwei Geheimnisse finden, die hier im Wald versteckt sind. Ich hab mir... Ich hab mir nie gemerkt, wo sie sind. Ich bin einfach so lange gelaufen, bis ich sie hatte. Au. Ein guter Trick für alle... Ein guter Trip auch. Für alle, ähm... Labyrinth ist einfach immer eine Richtung zu gehen. Weil irgendwann muss man sie ja haben. Meistens. Es sei denn, es führt wirklich im Kreis. Dann ist es doof. Toll. Hast du was Hundi? Nö. Jetzt hätte ich zum Beispiel die Wege in der Mitte schon vergessen. Ich hoffe, dass wir irgendwann ankommen. Ich sollte vielleicht auch regelmäßig speichern, aber... Hm, na ja. Na los, komm. Nochmal wuff. Sehr schön. Na, hast du was? Hast du hier was? Nö. Äh, heute speichere ich mal auf diesen. Na nu, was sind denn das für Leute? Campen sie an den schönen Ufern des Blutflusses. Toll. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen ärgern. Äh, ja, von mir aus. Ja, was ist das? Mach doch mal Wurf, Hund. Toll. Hä? 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 Immerhin einmal getroffen. Warum immer miss? Ich bin in eine missliche Lage gekommen. Ah. Buff. So, ich gehe erstmal geradeaus. Ich weiß, ich bin jetzt nicht links lang gegangen. Also immer vom, vom Spieler aus, ne? Vom Spieler aus immer links. Halt. Hm? Ja. Ah, dreimal Späfel. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hm. Toll. Komm mal auf zu schnuffeln. Au. Okay, das könnte Nektar sein. Toll. Ich wollte angreifen. So, zum Beispiel. Entschuldigung. Ich weiß, dass ein Geheimnis ganz weit links im Wald war und ein Geheimnis ganz weit rechts im Wald war. Jetzt habe ich wieder einen Frosch im Hals. Mann. Ah, sehr schön. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. La la la. Toll. Ich habe auch den Cobalt schon überhaupt nie mehr gesehen. Jetzt. Speichern. Und du darfst doch gerne angreifen. Ich habe persönlich gar nichts dagegen. Ne. Mir wäre es lieber gewesen, wenn du den Gargoyle angegriffen. Leichentanz? Täglich 22... Wer war es bitte? Leichentanz. Das sind doch sehr informative Nachrichten, die da an der Tafel stehen. So. Habe ich auch mal getroffen. Tschüss. Genau. Mach mal Wurf. Ah. Schön. Nein. Wurde ihn eigentlich noch suchen lassen. Wieso ich? Hüi. Boah, geht der mir auf den Sack. Aha. So. Ich habe ihn. Und. Mach was. Und. Ah. Sehr schön. Bin ich hier noch richtig? Es kann sein, dass die ganze Folge im Wald stattfindet. Das ist mir auch relativ umpe. Der Bronzespeer ist ja eigentlich ein bisschen lausig, ehrlich gesagt. Ich war schon lange kein Kobold mehr. Boah. Oh, was? Wo? Hier? Ah, Späfel. Mehr ist hier nicht. Oh, die? Sei fleißig. Ich will nicht schon wieder selber suchen müssen. So. Wo kommen die Mobs eigentlich wieder? Äh. Ja, natürlich. Geht's hier eigentlich irgendwo durch? Nö. Hund. Mach was. Ah. Okay. Ah. Irgendwie das Gefühl... Bäh. Durch den Raum geschmissen worden zu sein. Mist. Los. Wuff. Komm, hier. Mach doch mal Wuff. Ah. Eine Feder. War kein Nektar. Wuff. Danke. Irgendwie sind die, ähm, Zutaten auch nur an Lichtdurchgängen. Natürlich. Oh, komm, ich hab da eben getroffen. Haben wir denn noch einen lecker Zauber? Ich möchte gerne nochmal diesen Trumusen Speer ausprobieren. Wo sei denn? Halluh. Komm, gleich noch einen. Boah, geht ja mal auf den Sack. Aha. Reicht Level 2. Ey. Ah, wir haben tatsächlich was gefunden. Oh, ich dachte schon. Entweder bist du gescheuert oder sehr mutig. Es ist gefährlich hier. Sorry, aber dies hier ist eine Sackgasse. Sie führt uns nichts. Doch zu. So, falls du gerade hier bist, ich werde dir eine Formel verraten. Sie heißt Frischzellen. Setze sie ein, bevor du deine Kraftpunkte alle verlieren tust. Du wirst denn deine alte Stärke wieder erlangen. Nicht schlecht, oder? Ja, in der Tat. Ich will mal gucken, wie die aussieht. Füllt die KP des Ziels auf? Macht das nicht auch der Krafthau? Füllt einige. Ah, Frischzellen ist also deutlich besser. Brauche ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Federn und Wurz... Federn sind ja relativ selten. Nee, wir behalten erst mal die Lanzen-Attacke. Ich werde Frischzellen vielleicht später irgendwann noch mit einbauen. Frischzellen ist teuer. Hier eine Feder und eine Wurzel. Möchtest du Zutaten? Ja, bitte. 80 Goldmünzen für Wurzeln. Ich meine, wir sind im Wald. Und du willst 80 Goldmünzen für eine Wurzel haben? 1000 für eine Feder. Alter. 100 für Ethanol. 80 für Öl. 180... Sonst geht's dir gut, ja? Eisenerze hätte ich schon gebrauchen können. So. Mann, wäre der jetzt hängen geblieben? Muss man schnell speichern, nicht, dass er gleich wirklich hängen bleibt. Das ist jetzt kein Hängenbleiben, sondern ein Speichern, genau. Hundi, auch zu schnuffeln. Komm. So, und auch jetzt muss ich immer wieder nach links. Ich muss ja so lange laufen, bis ich im Prinzip die Kobolde gefunden habe. Ich werde mich mal jetzt mehr aufs Laufen konzentrieren als auf die Gegner. Ein Geheimnis fehlt hier noch. Vielleicht finden wir das auch noch. Muss ich mal gucken. Ich werde quasi jetzt immer mich links halten, so wie mein Charakter läuft. Oh, hier war ich schon, ne? Leichentanz, genau, da waren wir schon. Gehen wir links herum. Au. Ach, hier ist nichts. Okay. Dann, ganzenattacke. Oder? Ja, warum nicht? Wie, der hat mich getroffen. Der wurde auch gerade verletzt. Ne. Hallo. Ich spiele doch auch mit. Da. Oh. Toll. Das baut sich so ein leichter Hass auf. Hat man gehört, ne? Na los, such. Nichts. Na gut. So, immer nach links, immer nach links, immer nach links. Immer nach links, immer nach links, immer nach links. Natürlich. Hey, ich hab mal getroffen. Hey, sie hat mich auch mal getroffen. Na, zum Glück hab ich grad ein Level ab gehabt. So, immer nach links. Ich muss doch irgendwann mal die Kobolde wiederfinden. Was steht hier? Nicht weiter gehen. Ah, dann sind wir wieder hier. Okay. Da ist der Kobold. Sehr gut. Und da ist der Kobold. Und da ist der Kobold. Da ist der Kobold. Na, ihr seht schon, da wo der Kobold ist. Ich weiß, jetzt bin ich rechts gegangen, aber ich glaube, hier bin ich trotzdem irgendwie richtig. Halt. Sofort umkehren. Ich suche eine bestimmte Gegend. Neun nur noch. Fünfzehn noch. Ich hab echt nicht viel. Ne, das lohnt ja nicht. Ey, er erreicht Löffel 1. Woo. Ich bin verlieblicher Baff. Na los, komm hier. Ha. Und die, such. Nix. Hier vielleicht. Na gut. Immer nach links, immer nach links. Vielleicht sollte ich mal wieder speichern. Mist. So. Mist. Aha. Okay, warte. Ich stelle mal hier einen auf den 6. So. Jetzt muss ich mich erst mal orientieren. Kobold habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das links laufen, das habe ich auch irgendwie. Na ja, ich hab's mal eigentlich. Eigentlich wollte ich immer links laufen. Blue erreicht 24. Hey. Okay, das ist ein links. Mach ich jetzt noch weiter. Ich dachte ja, ich würde auch mal ankommen. Ja, wie gesagt, der Wald, der braucht halt ein bisschen. Vielleicht müsste ich jetzt schon frohes Neues wünschen. Kann gut sein. Ich hab jetzt nicht den Tag gemerkt, wann ich das auch dann hochladen werde. Also heute ist gerade der 20., nee, 21.12. So. Oh. Natürlich. Na los, such. Eisenherz, ey. So, immer nach links, immer nach links. Bin ich nicht eher sowieso immer nach links gegangen? Dann lauf ich aber wieder zurück, ne? Jetzt bin ich aber nach rechts gebogen. Ich. Hundi, such mal. Ich kümmere mich um die Mobs hier. Was machst du denn da? Nicht. Gut, dann gehen wir auch heute wieder nach Hause. Bitte schön. Meine Güte. Entschuldigung. Moment, ich räuspern mal kurz. So, da bin ich wieder. Ich musste mich mal eben... Ne? Und so. Ich musste mich mal gerade enträuspern. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich sind und wohin wollten. Hier geht es doch durch, ne? Ja. Ich weiß nur, dass, ähm... Äh, ähm... Ich würde ja gerne erstmal wieder einen Ort finden, der einigermaßen bekannt ist. Sofort umkehren? Ah, hier sind wir wieder. Äh, was war das denn? Au. So, Kobold ist wieder da. Dann kann ich hier erstmal nach rechts, glaube ich, weitergehen. So. Vielleicht komme ich auch durch den Wald, ohne das gefunden zu haben. Das kann natürlich auch sein. Also, die Formel haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Aber es fehlt noch eine Sache. Genau, so wird das gemacht. Oh. Nektar. Ups. Puff. Toll. Was ist denn? Zieht überhaupt nix ab. So. Ich gehe einfach mal durch. Bin ich sogar richtig? Dann will ich hier nicht lang. Nein. Dann will ich erstmal runter. Kann ja sein, dass hier irgendwo noch ein anderes Geheimnis steckt. Äh, hier lang? Ich habe keinen Plan. Lalalala. Ich habe schon mal gesagt, dass ich ihn nicht mag. Mann. Kann ich. Lass mich. Komm mal. Nee. Ah. Nein. Mist. Äh. Komm mal. Hier. Hm. Ja. Hu. Jetzt. Aber, hallo. Mann. Gut. Hat funktioniert. Das gehört natürlich zu meiner langjährigen Ausbildung. Strategie. Einfach mal so ein bisschen. Ist ja. Au. Nein. Ich wollte nicht wieder durchlaufen. Mann. So. Ich war doch gerade am professionell reden. Hm. Wunderbar. Ja. Gleich zwei Sackgassen. Toll. Und hast du was? Nö. So. Dann einmal zurück. Hier müsste Koboldi gleich wieder irgendwo oben stehen. Ja. Ja. Da ist auch Koboldi. Und Kobold da. Pira la la. Hier geht es wieder nach links. Halt. Was stand da drauf? Ähm. Moment. Meuchelhausen. Fünf Kilometer. Das ist ein sehr vertrauenswürdiger Name. Meuchelhausen. Hier geht es nach links. Äh. Ich wollte wieder mal zu schnell. Aber ich will einfach mal ein bisschen Geschwindigkeit hier reinbringen. Da der Wald sowieso so riesig ist. Und ich hier schon vielleicht fast 20 Minuten rumlaufe. Äh. Ähm. Au. Lass den Onkel auch mal laufen. Sofort umkehren. Ach. Hier sind wir jetzt. Hä? Nö. Ich seh durch. Und ihr? Ich seh also so ein bisschen Übersicht hab ich noch. Geh jetzt nach oben. Wieso? Ach das ist hier. Nein. Ich seh durch. Wieso? Wer fragt da? Puh. Am besten man nimmt sich irgendeine Karte. Aber ich wollte jetzt hier nicht mit einer Karte rumrennen. Das war mir denn doch ein bisschen zu doof. Okay. Vergiftet. Hier ist nichts und niemand. Hier ist nichts und niemand. Ähm. Ähm. Mal sehen. Ne? Vergiftung lässt nach. So. Und jetzt muss ich glaube ich nach rechts. Äh. Jetzt muss ich glaube ich nach rechts. Und müsste dann wieder bei den Koboldis rauskommen. Wenn ich jetzt nach unten gehe. Ja. Da ist er. Okay. Puh. Ich hab doch noch ein bisschen Orientierung. Da ist wieder ein Koboldi. Da ist ein Koboldi. Da ist ein Koboldi. Wenigstens ein kleiner Hinweis in diesem völlig verwunschenen Wald. Speichern. Aber wir wollen ja das Geheimnis noch finden. Ne. Ich geh prinzipiell erstmal dahin, wo er nicht hin zeigt. Könnte ja sein, dass hier irgendwas ist. Einer muss ja angreifen. Was steht hier? Besuchen Sie die Freakshow des Dr. Meinhold. Was? Hund. Mach doch mal was. Aha. Au. Hier ist eine Sackgasse. Was? Oh. Ach. Eine Wurzel. Hey. Eine Wurzel im Wald. Wie unerwartet. Hab ich heute noch gar nicht gesehen. Oh. Sehr schön. Und ist wieder vergiftet. Eieiei. Was machen wir nur mit ihm. Da kämpft hier alles. Macht hier alles platt. Während ich einfach nur den Weg suche. Ich weiß, dass hier Koboldi ist. Und auch wenn ich nach links gehe, kommt hier Koboldi wieder. Ah, ich sehe durch. Da bin ich ja beruhigt. Da ist auch Koboldi. Speichern nochmal. Nicht, dass ich hier... Ich will ja auch irgendwann mal fertig werden. Ich mache da definitiv eine Folge draus. Okay, nach rechts kommt Koboldi. Dann gehe ich erstmal nach unten. Ich nehme ja prinzipiell erstmal den Weg, den ich nicht soll. Gehen soll. Vergiftung lässt nach. Denn es kann ja durchaus sein, dass hier noch Geheimnisse sind. Und genau denen bin ich ja auf der Spur. Auf der Spur bin ich da. So, schauen wir mal. Wo bin ich hier am besten da. Jetzt nach links. Jetzt nach oben. Ich weiß nicht, wie ist denn das für ein Weg. Nochmal nach links. Nochmal nach links. Nach unten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Eben war ich noch bei Koboldi. Jetzt bin ich hier im anderen Teil des Waldes. Das müssen wir noch platt machen, wenn du schon so gut getroffen hast. Oh, der zieht aber schon gut ab. So. Hast du was? Hast du was? Na komm, such. Noch vier Federn. Hey. Im Wert von 1000 Goldmünzen, muss man sagen. Ja. Hat sich gelohnt. So. Hab ich gesehen. Da oben hat man das Bild abgeschnitten. Muss ich nachher mal zurückspulen. Äh. Nach unten. Nein, ich bin nicht verwirrt. Ich weiß nur nicht, wo ich lang gehe. Weil ich den Kobold schon eine halbe Stunde nicht mehr gesehen habe. Was ist hier? Das behaarte Baby. Nächste Straße im Bild, bitte. Weiß. Das können wir ja gerne mal machen. Vielleicht sollte ich mal speichern. Natürlich. Auf mich. Auf ihn auch sonst. Ein hoch auf mich. Schubst mich einfach durch. Kann ich auch nicht leiden. So. Und such. Toll. Ja, ich könnte den Speer auch aufladen. Ich bin das schon so gewöhnt, einfach gar nichts zu tun. Dann wollen wir Hundi mal Nektar geben. Such. Ist ja echt nichts. Ist ja echt nichts. Na gut. Da war kein behaartes Baby. Wir haben doch alles erfüllt eigentlich. Meichel. Hallo. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Kobold finden. Das ist so ein bisschen... Boah. Also wenn man den ganzen Wald mitnimmt, kann man hier schon ein paar schöne Zutaten und Formeln mitbekommen. Und vielleicht noch etwas mehr. Ich muss das nur noch finden. Und das zu finden ist so eine Sache. Aber es wird sich lohnen. Das darf ich vorwegnehmen. War hier der Kobold? Ah, Tatsache. Da ist er. Puh. Wir haben ihn wieder. Kobi? Äh, Kobi. Auch ein schöner Name. Wo ist der Kobold? Ach, da unten. Okay. Tschüss. Muss nochmal speichern. Oh, da ist ein Weg schreien. Ein Schild. Fast geschafft. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Abzweigung, wo wir uns zwei laufen können. Ja. Und da haben wir sie auch schon. Na, ne. Mach doch mal Wuff. Los, komm her. Jawoll. Das nur nicht Teamwork ist. So, haben wir hier was? Nö. Komm. Da war wieder nix. Wenn ich den Wald geschafft habe und sollte ihn nicht gefunden haben, dann werde ich die Aufnahme nochmal posieren und nochmal nachschlagen. So. Ich will ihn unbedingt haben. Den Ort. Da geht's weiter. Ich nehme wie immer den Weg, der nicht weiterführt. Oder der, der der falsche ist. Denn der falsche kann manchmal auch der richtige sein. Es kommt ja schließlich auf den Weg an. Hä? Egal, ich habe selber nicht verstanden. Wieder eine Sackgasse. Wollt ihr euch das? Bestimmt nicht. So. Nächste rechts, glaube ich. Wenn wir wieder am Kobi sind. Boah, ich muss da unbedingt eine Folge draus machen. Wuff. Jetzt ist er abgestürzt. Wird es mich ver... Bis gleich, Freunde. So. Ich habe einfach mal hier wieder eingeschaltet. Äh. Die Aufnahme ist gerade abgestürzt. Oh. Jetzt ist sie wieder da. Ich will aber jetzt nochmal schnell speichern. Halt. So. Ach, die Geschichte. Niemand überquert die Brücke der Morphkopierer, Zwilling. Jedenfalls nicht, ohne sein Leben zu verlieren. Was? Ach, die Geschichte. Cool, 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 cool. Irgendwie hat er da genau das gleiche Angriffsmuster wie die meisten anderen Monster. Nämlich, äh, gerade angreifen und schräg weglaufen. Aber so schwer ist da eigentlich nicht. Tschüss. Wie du heilst dich? Ach so, Hildenfaust. Ja, es ist in Ordnung. Vielleicht liegen ja auch irgendwelche schönen Sachen noch rum. Hä? Hä? Boah. Komm, die machen wir platt. Los, komm her. Haben Sie, Papa. Orkan-Tonado? Mh, das ist nicht gut. Wir sollten mal heilen. Heilen, 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 heilen. Wenn man den Krathauch richtig hoch stuf, braucht man eigentlich die Frischzellen nicht. Die Frischzellen geben zwar ordentlich Eilpunkte auch schon auf der niedrigsten Stufe, aber der Krathauch kann eigentlich mehr. Nitro? Nitro ist nicht gut. Und es tut. Hundi! Jetzt können wir ja nicht mal einen Hundekuchen nehmen, oder? Ja, Hundekuchen ist besser. Haben wir eh genug. Verdammte Brot. Au! Los, komm her. Doch, nicht. Hund, du siehst nicht gut aus. Damit meine ich dein Aussehen. So, einmal heilen. Jetzt müsste er gleich wieder zaubern. Genau, das habe ich schon befürchtet. Also, was passiert denn hier bitte? Was ist denn los? Da. Nee, nicht auf mich. Was? Wie? Shit. Heilen? Nicht mit mir. Hm. Na ja, schön eben. Komm her. Und? Was machst du denn da oben? Und? Was zum Kai war das denn gerade? Hund braucht Auslauf. Mist. Ach, dann heilen wir halt nochmal. Ich glaube, ich kämpfe hier mit dem Pudel. Ich glaube, es geht los. Mist. Äh, äh. Mist. Och, nicht schon wieder. Kenner, es lasst er doch mal. Ich wollte nicht angreifen. Hallo? Ich will ihn wenigstens einmal mit dem Speer treffen. Gut. Jetzt nochmal heilen. Äh. Was wie ich sie mache, ne? Was wie ich sie mache. Ich ja, wie es ist. So. Nein, nicht schon wieder. Hund. Klar auf mich. Immer der, der es verdient. Na, endlich. Yes. Yes. Entschuldigung. Ich habe mich nur gefreut. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, Excalibur. Goil. Ich habe ein neues Buttermesser gekriegt. Dann gucke ich mir das Buttermesser doch gleich mal an. Excalibur, das sperrt aus der Legende. So, warte. Muss ich mal gucken. Äh. 30. 20. 10. Halt auch 30. Genauso gut wie der Bronze Speer. So, Hundi. Walte deines Amtes. Amte deines Walters. Deines Walters. Hm. Ist hier echt nirgendwo was. Na gut. Dann speichert. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Nicht, dass ich hier wieder dumm dastehe. Habe ich jetzt? Ja, ich habe jetzt. So. Hund such. Du hast hier eine Aufgabe. Eine hoheitliche. Oh, was ist das? Wow. Ich habe den Kampf beobachtet. Du bist stark. Du bist ja viel stärker als dein anderes Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Möchtest du den Spielschein speichern? Ja, aber natürlich. Auf Wiedersehen. Wo bin ich denn hier überhaupt? Und was macht ein Junge auf der anderen Seite der Brücke? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin hier überhaupt nicht.